Und jetzt gibt's bei Tirol heute etwas für junge Spürnasen. Im Audioversum in Innsbruck bringt eine interaktive Ausstellung kleine Krimi-Fans zum Grübeln. Tatort Audioversum vermittelt auf eine spannende Art die Arbeit von Polizei und Spurensicherung. Zu ermitteln ist der Diebstahl eines teuren Gemäldes. 21 Mitmach- und Infostationen führen zur Lösung. Das richtige Ergebnis ergibt den Namen der Täterin oder des Täters. Und wie im echten Leben ist Teamarbeit alles. Zeugenaussagen müssen aufgenommen werden, Phantombilder sind zu erstellen. Und Fasern müssen akribisch untersucht werden. Dann wird die DNA verglichen. Wenn die Ermittler an einem Strang ziehen, hat ein Übeltäter keine Chance. Weil du dann darüber reden kannst und nicht nur alleine denken musst. Und wenn du nur alleine denken musst, dann schaust du da und drei Köpfe ist immer besser als einen oder zwei. Mir hat es Spaß gemacht, das Phantombildzeichnen und das dann mit dem Mikroskope und das Messrad messen. Es kommt sehr gut an. Wir sind ja eben ein interaktives Museum. Also bei uns kann man alles anfassen. Bei uns muss man eine Rätselstory lösen. Und das erhöht natürlich die Spannung eines Museumsbesuchs. Übrigens ist alles wie im echten Leben. Deshalb wurden die Inhalte der Ausstellung auch mit Profis erarbeitet und kindgerecht adaptiert. Also im Idealfall können sie schon lesen. Das ist an sich ganz wichtig natürlich, weil man ja mit einem Ermittlerbogen durchgehen muss. Aber auch kleinere Kinder in Begleitung mit Erwachsenen können bei uns Spaß haben. Die Ausstellung führt mit ihren Exponaten in die Vergangenheit der Polizeiarbeit bis zu Ermittlungen gegen Cyberkriminalität. Und die Polizeiarbeit, wäre das was? Es ist echt nicht so spannend, wie man es glaubt oder wie man es in den Serien sieht, was man schaut. Tatort Audioversum in der Wilhelm-Kreilstraße in Innsbruck.